ja hallo michael kurz oder rucksack unternehmer willkommen an diesen fantastischen tag zum besten video aller zeiten heute verdienen wir geld mit tik tok ich habe auch ein tik tok kanal ist ist nicht so erfolgreich das ding und vielleicht bekomme ich hier noch ein paar inspirationen wie ich das dann optimieren kann damit ich auch viel viel mehr geld verdienen kann und wenn ich dann halt das geschafft hat was macht dann mein handy perfekt also video mit tik tok geld verdienen 2021 mit diesen methoden können sie auf tik tok etwas dazu verdienen ok der youtube kanal hat echt schon ganz schön spiele abonnen auf youtube kanal von ebay kring die agentur vor allem in diesem video zeigen wir euch welche möglichkeiten es gibt um mit tik tok geld zu verdienen wenn euch dieses video gefällt dann gibt uns einen daumen nach oben und abonniert den kanal das soziale netzwerk tik tok 2020 allein in deutschland einen zuwachs von 52 millionen nutzern gehabt man geht davon aus schon viel dafür dass die zielgruppe ja auch sehr jung eigentlich ist aber sie wird auch immer älter das bis zum ende des jahres 2021 weitere zehn millionen nutzer dazu kommen werden das zeigt wie viel potenzial tik tok hat und dass die app immer mehr an bedeutung gewinnt deshalb zeigen wir euch jetzt vier möglichkeiten wie die app zum geld verdienen nutzen könnt geld verdienen könnt ihr auf tik tok sogar direkt durch die app tik tok hat nämlich ein 200 millionen dollar vor eingerichtet der nur für kreative creator gedacht ist und in meiner master meint das jemand der verdient schon geld also tik tok bezahlt den wirklich und der macht das sehr sehr gut der hat jetzt auch schon mehrere kanäle aufgebaut also es funktioniert daraus zahlen sie den nutzern die original content auf die plattform laden unter bestimmten voraussetzungen geld als erste voraussetzung braucht ihr einen tik tok pro account wenn ihr diesen habt könnt ihr euch über die einstellungen in der app für den fond bewerben dort findet ihr auch die weiteren kriterien ihr müsst mindestens 10.000 follower haben braucht mindestens 10.000 video aufrufe in den letzten 30 tagen und müsst mindestens 18 jahre alt sein wenn ihr zuerst aber noch dabei seid euren tik tok kanal aufzubauen und das eine oder andere kriterium noch nicht erfüllt ist dann gibt es noch weitere möglichkeiten wie ihr tik tok zum geld verdienen nutzen könnt zweitens sponsoring auf tik tok ist es ähnlich wie auch auf youtube das ist natürlich echt geil wenn du das halt so wenn du soweit bist dass dann halt firmen dir geld geben damit du etwas in der kamera hältst oder so ja dann fängt es an spaß zu machen also gerade auch instagram oder wenn ich dann ach was dafür summen bezahlt werden unfassbar und dann macht es die ganze zeit aber noch eins hast du meinen kanal schon abonniert ja dann auch noch mal gucken die glocke hast du die glocke auch betätigt und dann keine nachrichten mehr verpassen von youtube dass ich neues video hochgeladen habt ja so geht das wir schauen weiter diese werden in der app als bezahlter inhalt gekennzeichnet es kommt auch vor dass ein monetarisierung team von tik tok auf einzelne nutzer zukommt und tik tok für unternehmen zu finden tik tok setzt man wird sogar auch für eigene kampagnen nutzer um diese zu promoten musik labels wie zum beispiel warner music oder sony nutzen regelmäßig die reichweite von tik tok und streams für ihre songs zu steigern das sind natürlich die 8 noten glücksfälle für alle creator die diese chancen nicht bekommen macht es denn unternehmen und agenturen selbst zu kontaktieren ok das mit denen dass die musik labels und so auch leute sponsoren und so das wusste ich nicht das war echt neu und so und auch das tik tok auf dich drauf zukommen kann oder so finde ich auch cool habe ich jetzt auch so noch nicht gehört das ist für mich neu unternehmen suchen mittlerweile auch schon oft nach microinfluencern wodurch ihr diese option schon sehr früh in betracht ziehen könnt drittens live streaming spenden tik tok creator können in der app live gehen ok wusste ich jetzt auch nicht dass man da live streaming spenden ich bin jetzt bei tütsch ne ich ja ich bin ein twitch streamer ab und zu komme ich bei twitch online also donnerstag auf meinem kanal michael kotze von 0 auf 6 stelle ich 19 uhr samstag samstag 19 uhr bin ich jetzt wieder live war eine ganze zeit nicht live weil das ging irgendwie nicht mit internet und so ihr wisst wie das ist und jetzt geht das wieder vernünftig und ich streame auch auf twitch ab und zu kannst du auch diese videos hier wie ich die produziere bei twitch live verfolgen ja dann komme ich online und nehme so ein video auf und bei twitch seht ihr das als erstes einfach michael kotze twitch es ist fantastisch wobei die follower während eines livestreams virtuelle geschenke an die influenza verschenken können dafür müssen sie vorher coins kaufen 70 coins kosten etwa 1 euro 9 bei den geschenken gibt es acht stufen panda und italian hand sind die günstigsten und drama queen ist das teuerste geschenk diese geschenke werden dann bei euch in diamanten umgewandelt und diamanten werden wiederum in geld umgewandelt dieses geld also total einfach da blickst du einfach sofort durch ich weiß nicht warum das immer so kompliziert ist oder so aber okay aber du kannst damit geld verdienen wenn du geschenke bekommst ok 100 dollar per paypal auszahlen bei einer großen fanbase ist der live stream eine gute möglichkeit mit seinen follower in kontakt zu bleiben und dabei noch geld zu verdienen bei der chinesischen version von tik tok wird diese option sogar schon als eine art teleshopping genutzt tik tok wird in zukunft vermutlich auch warenkörbe und ähnliches mit einbauen viertens affiliate marketing in eurer tik tok profil beschreibung nein das ist ja geil oder und wenn du wirklich Affiliate machen lernen wir jetzt von a nach b und c und so weiter Jets oder Affiliate System ja also sehr geil und könnt ihr online shops durch affiliate links verlinken pro verkauf bekommt ihr dann eine provision wenn der kauf über den link in eurem profil getätigt wurde das waren auch schon vier möglichkeiten wie ihr tik tok zum geldverdienen nutzen könnt unser tipp für euch ist genau jetzt eure chance auf tik tok zu ergreifen um eine community aufzubauen bevor der markt überlaufen ist das ist schon fast so ne also es ist schon so der markt ist schon voll und wenn ich aber mal sehe wie schnell da tik tok auch die reichweite also ganz ganz wichtig du gehst bei tik tok und ich sehe das bei vielen tik tok die dann ruckzuck auch im youtube kanal machen holen die leute bei von tik tok ab zu youtube und dann vielleicht noch twitch oder so die machen dann alles aber die haben angefangen paar monate jeden tag tik tok zu machen und dann auf einmal wow wie geil und dann machen sie auch noch youtube und so weiter also das gebe ich dir auch als tippen dann bleibt nicht auf tik tok sondern versuch deine community aufzubauen auf mehr plattform nach und nach erst eine plattform ganz wichtig eine plattform dann hey sagen hey ich bin auch auf youtube und da kannst du ja auch die wheels hochladen alles mögliche kurzvideos und auch noch anderen content machen oder live streamen so das macht dann sinn das macht dann sinn weil dann bist du auch nicht abhängig wenn dann auch mal die reichweite eingeschränkt wird bei tik tok und 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 mega geil da die app noch relativ jung ist und viele funktionen noch in der aufbauphase stecken fangen unternehmen jetzt erst an dieses tool zu nutzen falls ihr noch fragen habt schreibt es gerne in die kommentare oder meldet euch okay eine firma ist es schau ich das einfach mal haben wir noch mehr zu sagen kommen ja noch ein bisschen haben die zu sagen bei den experten von ebakery wenn euch dieses video gefallen hat und ihr in zukunft keine tipps mehr von uns verpassen möchte dann abonniert jetzt unseren kanal und gibt uns einen daumen nach oben viel erfolg wünscht euch euer ebakery team war doch schon ende okay ein cooles video oder ich würde ich würde gar nicht machen ich wollte nur groß machen so im großen ganzen tik tok starten mit einem coolen konzept und du bekommst zurzeit noch sehr viel reichweite mehr reichweite als anfänger auch wie bei instagram und 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 deshalb also solltest das und aber dann reichweite aufgebaut ruckzuck richtung youtube twitch und so weiter ja sie die leute mit deine fans mit und wird affiliate marketing auch nicht vergessen placement sind natürlich auch gut mein name ist micha kurzer ich bin der rucksack unternehmen und ich habe zwei weitere videos für dich check die auch ab ich bin raus ciao